Mit der Begründung, das Ordnungsamt würde Widerstand leisten, sagte Zirkus Karl Busch sein geplantes Gastspiel ab Mitte Juli ab. Der Plan war, einen Comedy-Zirkus auf dem Sylter Flughafengelände zu veranstalten. Nun aber sind die Veranstaltungen abgesagt. Die Zirkusleitung begründet dies mit mangelnder Kooperationsbereitschaft des Sylter Ordnungsamts. Von Anfang an war man auf großen Widerstand gestoßen und befürchtete auch während des Aufenthalts auf Sylt, mit Auflagen überhäuft zu werden. Das Sylter Ordnungsamt zeigte sich von der Absage eher überrascht. Immer mehr Hundebesitzer werfen gefüllte Hundekotbeutel in die Sylter Natur. Naturschützer regt das auf. Für die meisten Hundebesitzer ist es selbstverständlich, die Hinterlassenschaften ihres Lieblings aufzusammeln und in Mülleimern zu entsorgen. Die dafür vorgesehenen Plastiktütchen gibt es seit vielen Jahren auf der Insel umsonst an zahlreichen Spendern, meist direkt neben den Mülleimern. Die Naturschutzgemeinschaft Sylt ist sich bewusst, dass es an manchen Ecken an Abfalleimern mangelt. Die fahrlässige Entsorgung der Plastiktüten kann Konsequenzen haben, stellt das Ordnungsamt der Gemeinde Sylt klar. Gut 1,2 Millionen würde es kosten, die Lister Schwimmhalle so zu sanieren, dass sie für die nächsten 25 Jahre weiter betrieben werden kann. Das geht aus einem externen Gutachten hervor, das die Inselgemeinden in Auftrag gegeben haben. Nun soll in den kommenden Hauptausschüssen der Inselgemeinden darüber beraten werden, ob und wie die Lister Schwimmhalle künftig genutzt werden soll. Kommendes Jahr läuft der Nutzungsvertrag über die Schwimmhalle mit dem Eigentümer aus. Ob der Vertrag verlängert werden kann, hängt auch an der Gemeinde Sylt, die sich bisher mit rund 75 Prozent der jährlich knapp 200.000 Euro für den laufenden Betrieb beteiligt hat.